Rakat Eintracht von Itz. Eintracht von Kulteuro über Teuster Adventia. Ja, dieses Jahr bin ich in Finnland natürlich wie immer fast und wir trinken zusammen mit meiner Familie. Wir essen gut zusammen und einfach zusammen feiern und das genießen. Eigentlich nicht so viel, also wir haben so ein gemischtes Weihnachten mit slowakischem und finnischem Essen und da gibt es keine große Tradition, einfach zusammen zu sein und froh sein und einfach genießen. Viel Bier, viel gutes Essen und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja natürlich, ich muss noch überlegen, was ich schenke, aber vielleicht ein cooles Wochenende für meine Eltern in irgendeiner Stadt in Europa oder einen Badtag für meine Mutter oder so, das klingt gut. Kann ich mich nicht erinnern, ein paar Socken. Ja viel Erfolg, Gesundheit und hoffentlich Europa League.